Also auch demnächst vielleicht hier den ersten Silvaner auf dem Tisch stehen haben. Und jetzt, wo wir schon bei der Historie sind, ihr selbst, deine Frau, hat dir eine ganz außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Das sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen, weil das ging damals ziemlich durch die Presse. Um was hat sich da gehandelt? Ihr habt eine Rebe entdeckt am Fuße der Rebhänge, was ja nicht weiter verwunderlich ist. Doch mit der Rebe hat es was ganz Besonderes auf sich gehabt. Ja, das sind nach Einschätzung von Experten, der Experte war Andreas Jung, das ist ein Rebsortenkundler, sind es wahrscheinlich die ältesten Reben, die in Europa jemals gefunden worden sind. Es sind fünf Reben, die wir inzwischen identifiziert haben, der Rebsorte weißer Orléans, die auf unzugänglichen Terrassen am Disi-Bodenberg vor sich hin wachsen. Als Rebe eigentlich gar nicht so sehr zu erkennen, sondern die wuchern halt so ein bisschen so über die Mauern, über die alten Trockenmauern, sind Reben, die vermutlich tatsächlich aus der Klosterzeit stammen. Das Kloster ist 1559 aufgelöst worden. Das passt einigermaßen in das potenzielle Alter von den Reben. Die Rebsorte weißer Orléans, die braucht sehr warme Bedingungen, um zu wachsen. Und nach 1550 kam ja die kleine Eiszeit. Das heißt, das ist eine Kälteperiode gewesen, in der wahrscheinlich der weiße Orléans dann seine Schwierigkeiten hatte. Am Disi-Bodenberg selbst ist es natürlich sehr warm. Das ist eine Südlage, das ist eine Stalzlage, das ist der steilste Weinberg an der Nahe. Da werden die vermutlich dann tatsächlich an einigen günstigen Ecken überlebt haben. Und Luise hat die tatsächlich vor ein paar Jahren gefunden und dem Rebsortenkundler gezeigt. Er hat einen Gentest machen lassen, das stimmt also alles. Und wir haben jetzt vor drei Jahren auch die ersten Edelreiser vermehrt, vermehren lassen. Die sind blöderweise jetzt dieses Jahr bei dem Spätfrost ziemlich erfroren. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal bei Null anfangen mit der ganzen Geschichte. Aber wir werden das trotzdem machen. Also ich meine, das wird keine riesengroße Fläche, die wir damit bestocken, sondern wir werden da mal 100, 200 Stöcke oder sowas anpflanzen und dann gucken, was passiert. Und warm genug wird es ja, ich meine, dank Klimaerwärmung in Anführungszeichen, werden wir wahrscheinlich die Voraussetzungen haben, dass sich der weiße Borleon dann auch wieder wohlfühlt. Das wäre jetzt sowieso meine nächste Frage gewesen, weil wir schon beim Klima waren. Wird, falls sich das Klima weiterhin erwärmt, wird die Nahe da eher von profitieren? Oder wird es so sagen, man stößt hier an eine Grenze, wie zum Beispiel in Südtirol, wo die Winzer doch schon darüber klagen, weil sie nicht mehr genau wissen, wie sie ihren Gewürztraminer ordentlich produzieren können? Also ich glaube, das wird ein Riesenproblem werden. Also wir merken das ja jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon, die Trauben sind unglaublich reif. Wir ernten im Moment die gesunden Trauben mit 95 bis 100 Öchsle, gesunde Trauben. Wenn man die durchgehen lassen würde, das gäbe am Ende 13, 13,5 Alkohol. Das ist etwas, was kein Mensch haben möchte und was sicherlich auch dem Riesling in seiner Stilistik nicht unbedingt gut tut. Was man machen kann, ist sicherlich Weinberge anlegen, die etwas höher gelegen sind. Werden wir sicherlich auch machen, dass wir versuchen, Weinberge dazu zu kaufen, die halt etwas höher liegen. Die Klimaerwärmung werden wir an der Nahe sicherlich genauso spüren und wir werden sie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen intensiver spüren, dadurch, dass die Nahe ja ein sehr trockener Standort ist. Also die Nahe hat 300, vielleicht 500 Millimeter Regen im Jahr und mit der Klimaerwärmung geht ja auch, sagen wir mal, weniger Regen einher. Und das ist etwas, was man hier auch ablesen kann. Der Grundwasserspiegel, der sinkt von Jahr zu Jahr. Das heißt, die Weinberge werden potenziell trockener. Das heißt, wiederum, wir müssen halt wahnsinnig viel draußen tun, bei diesen leichten Gesteinsböden, damit das bisschen Wasser, was hier als Regen fällt, damit das auch in Weinbergen gehalten werden kann. Das heißt, wir bringen hier hunderte von Tonnen Kompost jedes Jahr in die Weinberge ein, damit die Wasserspeicherfähigkeit erhöht wird. Und Junganlagen, das haben wir jetzt auch gelernt inzwischen, werden wir nicht mehr ohne Bewässerung anlegen. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben die letzte Anlage jetzt letztes Jahr gepflanzt. Wir haben dieses Jahr keine Junganlage angelegt. Aber in der Anlage, die wir letztes Jahr gepflanzt haben, sind dieses Jahr durch die Trockenheit im Frühjahr bestimmt 30 Prozent der Reben ausgefallen. Und das ist etwas, was wir halt einfach nicht mehr akzeptieren können. Das funktioniert nicht. Und das geht natürlich einher mit der Klimaveränderung. Und das ist sicherlich für die Nahe genauso schlecht wie für Südtirol oder für Rheinhessen oder andere Anbaugebiete. Also werden wir gespannt sein, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Mal zu den Weinen selbst. Ihr lasst die Weine sehr lange auf der Hefe reifen. Und ihr lasst sie spontan vergehren. Da scheiden sich nach wie vor, trotz großartiger Verkostungsergebnisse, die Geister. Also worin liegt die Stärke von einem spontan vergorenen Wein, vielleicht zum Gegensatz einem herkömmlich gekelderten Wein? Also spontan vergehren kann man auch nur eigentlich, wenn das Ausgangsmaterial in Ordnung ist. Sonst braucht man, glaube ich, sich über Spontanvergehren keine Gedanken zu machen. Spontanvergehren ist mit Sicherheit kein Allheilmittel, um vernünftigen Wein zu machen. Es gibt genügend Weine, die spontan vergoren sind, die aus meiner Sicht fehlerhaft sind. Das bedeutet wiederum, was ich gerade sagte, Spontanvergehren nur dann, wenn das Material vorher vernünftig selektiert worden ist. Der große Vorteil der Spontanvergehren ist sicherlich, dass A, die Gärung wesentlich langsamer läuft. Dass die Häfen, die an der Gärung beteiligt sind, vielfältiger sind. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad Alkoholgehalt im Wein. Das heißt, zu Beginn der Gärung arbeiten halt Millionen verschiedene Hefestämme, die nicht von einer bestimmten Hefe dominiert werden. Das heißt, man bekommt Geschmacksvielfalt in den Wein. Ich denke, man kann ein Stück weit sicherlich auch, sagen wir mal, das viel mehr transportieren, was der Weinberg den Trauben mitgibt. Denn mit einer selektierten Reinzuchthefe hat man natürlich primär das Aroma, das man sich mit dieser Reinzuchthefe gekauft hat. Und die Reinzuchthefen, die sind so dominant in der Gärung, dass sie tatsächlich alle anderen Hefen, die natürlich auch vorhanden sind, halt unterdrücken. Was wir machen ist, wir lassen die Weine tatsächlich sehr lange auf der Hefe liegen. Die liegen bei uns auch mal zwei Jahre auf der Hefe. Das kann passieren. Wir haben jetzt gerade eben vor zwei Wochen noch einen 2009er Wein abgefüllt, der jetzt bis vor zwei Wochen auf der Hefe lag. Wie hieß der? Das ist der 2009er Königsfels, Schloss Bökelheimer Königsfels. Eine unserer wirklich besten Lagen, muss ich sagen. Das machen wir halt, weil wir nicht unter irgendwelchen Redaktionsschlussterminen leiden. Wir müssen also unsere Weine nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Gourmet oder den Feinschmeck oder irgendwo hinschicken, weil wir das grundsätzlich nicht machen, sondern wir füllen die Weine halt dann ab, wenn wir glauben, dass die Weine in Ordnung sind. Und insofern hat er jetzt halt mal zwei Jahre auf der Hefe gelegen, der Königsfels. Aber der ist perfekt. Also die Vielschichtigkeit und auch das Spannungsfeld, was die Weine besitzen, das kann ich bestätigen. Ich bin auch ein totaler Fan inzwischen von den Weinen und empfinde die Weine auch, selbst nach einer langen Lagerung, als immer noch prickelnder und spannender. Hast du mal geschaut bei deinen Lagenweinen, was würdest du sagen, was ist eine schöne Reifezeit für die Weine? Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man 2003 mit der ganzen Sache angefangen hat. Man sagt ja beim Riesling, dass der Riesling so eine Schwingung in der Reife macht. Das heißt, er hat irgendwie drei, vier Jahre, die es aufwärts geht. Dann geht es relativ abrupt in den Keller vom Geschmack her und dann geht es langsam wieder nach oben, dass er nach zehn Jahren wieder auf der Höhe der Zeit ist. Das heißt, wenn du mir die Frage in zwei oder drei Jahren nochmal stellst, dann können wir vielleicht über den 2003er Jager kurz sagen. Dann kommen wir in zwei Jahren nochmal wieder oder in drei Jahren. Genau. Ja, okay. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir vielleicht mal zu deiner Frau. Und die wird uns vielleicht drei exemplarische Weine mal präsentieren, die ihr letztes Jahr gemacht habt, abgefilmt. 2009, genau, der aktuelle Jahrgang. Danke. 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 Ja, jetzt sind wir inmitten der Klosterruine Dissi Bodenberg. Viele behaupten, das sei ein ganz besonderer Ort, ein Kraftort. Spürt man das, wenn man hier lebt? Ich glaube schon, dass man das spürt. Also wenn man hier lebt, dann ist es ja fast normal. Aber ich denke schon, dass das ein Unterschied ist, wenn man hier oben spazieren läuft oder an einem anderen Hügel hier in der Gegend. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die das speziell eben suchen. Und seriöse Wünschelroutengänger oder auch Wissenschaftler haben sich um das Thema schon gekümmert und festgestellt, dass hier eine ganz besonders starke positive Erdstrahlung zu messen ist. Und das ist ja auch mit Sicherheit, ja, viele bringen es auch in Verbindung mit Hildegard von Bingen und ihren Visionen. Was da dran ist, weiß ich natürlich nicht. Sie hat auf jeden Fall über 40 Jahre hier gelebt und ihre wichtigsten Werke hier geschrieben, bevor sie dann von hier aus nach Bingen gezogen ist und ihr Kloster dort gegründet hat.